ICC-Profile sind gerade bei der Produktion von Printprodukten ein oftmals unterschätztes, aber dennoch sehr wichtiges Thema. Da jedes Medium Farben individuell darstellt, sind sie es letztendlich, die ein möglichst einheitliches Druckergebnis insbesondere auf verschiedenen Papieren ermöglichen und somit kommen sie auch bei Online-Printers zum Einsatz. Ich bin Christoph Ullrich und zeige euch in diesem Video, wie ihr Farbprofile unter Windows und macOS installiert und sie schließlich in Photoshop und InDesign einbindet, um nachhaltig von einer verbesserten Druckqualität zu profitieren. Das International Color Konsortium, oder kurz ICC, entwickelt Farbprofile für unterschiedlichste Medien. Diese stehen kostenlos zum Download zur Verfügung, denn sie sind nicht standardmäßig auf euren Systemen installiert. Bei Online-Printers sind vor allem zwei Farbprofile relevant. PSO Coated V3 für gestrichene Papiere sowie PSO Uncoated V3 für ungestrichene Papiere und Naturpapiere. Beide Profile sind auch bekannt als Fogra 51 und Fogra 52. Auf der Produktseite eures jeweiligen Druckproduktes findet ihr dann auch die Info, welches Farbprofil für eure finale Druckdatei benötigt wird. Beide Profile könnt ihr dann über die Website www.eci.com herunterladen. Wenn ihr auf dieser Seite etwas nach unten scrollt, dann findet ihr unter Downloads aktueller ECI-Profile die benötigten Farbprofile. Ladet euch hier beide Dateien herunter und entpackt anschließend das ZIP-Archiv. Unter Windows habt ihr zwei Möglichkeiten, das Farbprofil zu installieren. Bei der ersten Variante klickt ihr einfach mit der rechten Maustaste auf das Farbprofil und wählt Profil installieren. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass diese Methode nicht immer funktioniert. In so einem Fall könnt ihr das Farbprofil aber auch manuell installieren. Dazu kopiert ihr mit STRG-C beide Farbprofile und öffnet in eurem Explorer die Festplatte, auf der euer Betriebssystem installiert ist. In den meisten Fällen wird das der Datenträger C sein. Hier klickt ihr dann auf Windows, System 32, Spool, Drivers und schließlich Color. Hier fügt ihr dann beide Farbprofile mit STRG-V ein. Jetzt können eure Programme wie etwa InDesign und Photoshop darauf zugreifen. Dazu aber gleich mehr. Zunächst zeige ich euch, wie ihr Farbprofile auch unter macOS installiert. Auch hier ladet ihr zunächst die entsprechenden Profile herunter und entpackt die Dateien. Kopiert dann die Farbprofile mit der Tastenkombination Command-C und öffnet anschließend die Festplatte. Hier öffnet ihr dann den Ordner Library, dann den Ordner Color Sync und schließlich den Ordner Profiles. Hier fügt ihr nun mit der Tastenkombination Command-V eure Farbprofile ein und somit habt ihr diese auch unter macOS installiert. Um in InDesign bei jedem neuen Druckprojekt gleich mit dem neuen Farbprofil zu arbeiten, könnt ihr es als Standardarbeitsfarbraum in InDesign einbinden. Dazu öffnet ihr InDesign und klickt im oberen Menüband auf Bearbeiten und anschließend auf Farbeinstellungen. Im folgenden Bedienfeld wählt ihr unter dem Arbeitsfarbraum und unter CMYK das neue Farbprofil PSO-Coated V3 aus. Direkt darunter definiert ihr unter den Farbmanagement-Richtlinien und unter CMYK die Option Werte beibehalten. Die Farbprofile lassen sich aber auch für jede Datei einzeln und unabhängig von den globalen Einstellungen festlegen. Dazu öffnet ihr in InDesign ein Dokument, welches ihr als Druck-PDF exportieren möchtet und wählt im oberen Menüband Datei und dann Exportieren. Im folgenden Fenster wählt ihr Adobe PDF als Dateiformat und vergebt einen beliebigen Namen. Anschließend klickt ihr auf Speichern. Im nächsten Bedienfeld klickt ihr auf den Reiter Ausgabe und ändert die Farbkonvertierung auf In Ziel konvertieren Werte beibehalten. Unter Ziel stellt ihr dann das benötigte Farbprofil wie zum Beispiel PSO-Coated V3 ein. Zum Abschluss nur noch auf Exportieren klicken und euer Druck-PDF wird mit dem korrekten Farbprofil gespeichert. In Photoshop ist der Vorgang zum Einbinden von Farbprofilen nahezu identisch. Auch hier öffnet ihr zunächst ein Dokument, welches ihr mit dem benötigten Farbprofil exportieren möchtet. Anschließend im oberen Menüband auf Datei und dann Speichern unter. Im folgenden Fenster wählt ihr erneut PDF als Dateityp aus und vergebt einen beliebigen Namen. Klickt anschließend auf Speichern. Im folgenden Bedienfeld klickt ihr dann wieder auf den Reiter Ausgabe und definiert als Farbkonvertierung in Zielprofil konvertieren. Als Ziel wählt ihr auch hier PSO-Coated V3 oder ein anderes benötigtes Farbprofil aus. Mit diesen Einstellungen könnt ihr nun auch aus Photoshop ein PDF mit dem korrekten Farbprofil exportieren. Für ein wirklich druckfähiges PDF aus Photoshop können daneben aber auch noch andere Einstellungen notwendig sein. Ihr seht, die Installation und Einbindung von Farbprofilen ist wirklich einfach und wenn dadurch eure Druckqualität verbessert wird, ist es den Aufwand allemal wert. Wenn ihr weitere Fragen zu den Farbprofilen habt, dann stellt sie gerne in den Kommentaren. Wenn euch das Video geholfen hat, dann hinterlasst auch gerne ein Like und abonniert den Kanal über den jetzt eingeblendeten Button. Ich bin Christoph Ullrich für OnlinePrinters, bis zum nächsten Mal!